So und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Titanfall wieder mit der SMG und den neuen selbst customizten Titan den ich da eben gebastelt habe ganz uncool, ganz uncool jawoll zwei Grunts gekillt mit einer Granate jawoll sind die hier, sind die da oben ah tot, ok wow ah ok, da kommen neue Grunts von denen aber wo zur Hölle sind hier die Gegner gerade jawoll ein hoch auf die geile Feuerrate am Arsch mit der Shotgun die ist echt ziemlich überpowert finde ich weil im Normalfall reicht da wirklich ein Hit mit aus und man kann den Gegner killen ach am Arsch am Arsch was überlebt der Wichser das kann das wagen so, jetzt aber oh super was geht der drauf bevor ich ihn killen kann frech halt scheiße metzele ich mich hier kurz durch nein nein scheiße ah naja hätte auch noch schlimmer laufen können oh ich hab Titanfall ja ich hab Titanfall oder machen wir mal Titanfall was so und steigen wir mal fix ein hier alles klar oh Gott das geht mir so auf den Fiss mitunter ne das ist echt übel aber gut hey am Arsch was war das denn mit einmal oh scheiße hab ich völlig vergessen der war ja noch unterwegs hier so hier nimmt ne Granate alles klar und da oben was seh ich da da will einer gerade die Kanone hängen das oder auch nicht dann mache ich das mal so 397 fertig oh man er hat zu kurz das Bein so am Arsch natürlich hat das geklappt bei dem fuck ich will wette nicht wäre abgeknallt worden ja super fuck ja starten alter man das geht ja mal gar nicht teilweise teilweise mit dem nexia da muss ich echt noch irgendwie was gegen machen mit 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 mit